Für mich besonders, mit 38, am nächsten Jahr, 39, fast 40 Jahren immer noch so hohes Niveau in der Bundesliga zu spielen. Und danach schauen wir mal. Lange wie es geht, ja so lange wie es geht, ich will natürlich Fußball zu spielen. Aber eigentlich, ja okay, in den letzten fünf Jahren habe ich schon gesagt, mache ich Schluss, aber weiter. Ich bin schon fünf Jahre weitergemacht. Deswegen kann ich jetzt sicher sagen, normalerweise mit 39 Jahre alt fühlt man auch natürlich. Aber ich bin nicht normal vielleicht. Bis zum nächsten Mal.